Soll ich doch was 2 gemacht? Ja, ich hab auch 2 gemacht. 3, 4, so. Jetzt hab ich noch 1 gemacht. Ich weiß halt nicht mehr, wie viel ich brauch. Jetzt Gold, digga. Baba. Direkt die nächste, digga. FFA1. Nice, digga. Mann, ey, digga. War das ein... Dingsgeburt, Alter. Ich schwör's euch. Hallo meine Freunde, was geht ihr da? Willkommen wieder auf meinem YouTube-Tunnel. Und zwar sind wir bei Road... Oder Road, ja moin. Road, wirken bei Road. Ne, bei Road to Dark Matter. Ich glaub mittlerweile... 17. Ich glaub, jetzt stell ich euch erst mal 15 und 16 vor. Und das ist die XM4 Und die FFA1. Ich sag euch jetzt schon, eine von diesen Waffen Kann man so nehmen. Warte mal, ich zeig's euch. So nehmen. Und direkt. Direkt. Viel Spaß mit dem Video. Oder guck schon wieder, ey. Ich bin so durchgedreht, guck. Bam. Ich hab die zerfetzt. Komplett zerfetzt. Wo geht's, mein A? Ich bin krank. Ich bin krank. Ich hol dir jetzt alles von hinten, Bro. Und dann passt das. Bei uns auf dieser Map sind doch auch behindert geworden. Ja. Ich schwöre, ich schleite genau in seine Fresse rein, als ihr schießt. Ich schwöre dir. Komm, 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 komm. Komm, Piek. Komm, komm, komm. Ja, wo landende er zur Stelle. 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 Guck mal, wie er sich freut, Digga. Schau dich das jetzt an, schau dich das jetzt an. Jetzt. Nein, so viel weiß. Oh. Er bleibt jetzt alle. Er sagt, ja, motherfucker. Junge, was hat er gebraucht, man? Ja, aber Baggy macht den Sack gleich zu dir, ja. Bevor die Kappe. Musik ... Junge, hoho, ich würde sagen, kommen wir zum XM4-Klassen-Setup. Ich zocke wie immer das Mikroflex-Ele-Divisier. Die Mündung zocke ich hier. Den Infanterie-Kompensator, weil horizontale Rückschusskontrolle hat die XM4, so gut wie genug. Manchmal aber auch den Zuck auf Eliminator, müsst ihr euch selber wissen. Eins von den beiden auf jeden Fall. So, rein da, zack. Lauf zocke ich den verlängerten Lauf für die Projektilbeschleunigung oder schwer verstärkt. Müsst ihr auch für euch selber wissen. Also beides ist aber wild. Körper zocke ich immer, Tiger-Team-Scheinwerfer, wirklich immer. Unterlauf zocke ich den Feldagenten-Griff. Magazin müsst ihr auch für euch selber wissen. Aber ich habe gezockt, meines Wissens, ich glaube den hier. Handgriff, immer Luft-Elastik-Umwicklung, die letzten und Schaft auch immer die letzten. Jo, so zocke ich die. Und hier nochmal kurz flexen, flexen, Gold. Eine fehlt mir noch, das ist die Kugelzeit. Abfahrt, weiter, weiter, weiter. Bam, habe ich sie jetzt gefetzt, diga, endlich. Ich frage jetzt gleich. Aber ich esse auf jeden Fall daheim. Schlafen und zerbrüken. Ah, Junge, wie habe ich dich auseinandergenommen, Radu? Alles gut? Oh, mit Ansage, diga. Ich habe ihm so eine Ansage gegeben. Diga, nein. Ich habe einen Held da. Eine scheiß verbesserte Drohne. Ich gebe ihm Free Fire. So eine Dreckswaffe. Die macht gar kein Damage, diga. Diese Bastard-Waffe. Ich schwöre sie, ich werde die nie wieder zocken, wenn die Gold ist. Was für eine Schrottwaffe. Ehrlich, diga. Kann man keine erzählen. Von überall, diga. Er kommt aus unserem Storn raus. Junge, man. Was ist das, diga? Die Waffe nimmt mich auseinander. Ich schwöre. Oh, Mann, diga. Was ist das, Waffe? Ehrlich. Was ist das, waffe. Jos, was ist das, was sie nicht mehr? Du, was ist das, was ist das, was du? Und du, was bist du? Vielen Dank.